So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beamer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Letterswarners gewesen. Hier, hier, bitteschön. Das ist ganz neu. Let's play, arg? Staffel 2. So, heute am Start der Maulwurfm. Hallo. Der Bugs. Heyho. Der Stinker. Hallo. Der Lutz. Grüß ab. Wer ist hier? Hey. Und, äh, weiß ich nicht, meine Wenigkeit, ich weiß nicht, ob ich noch... Und Wolfie ist auch dabei. Ähm. Wir planen. Und laen. Moin, 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 da, alles da. So gut, alles klar. Wir haben eben schon, äh, hat, äh, hat jemand gesagt, dass Termin, Terminator, sage ich schon, äh, Petter anscheinend gerade mit Püblio umgekriegen, also die wir alle drüben wissen, so langsam, sobald, dass sie auch wirklich hier sind und soweit bislang hat man ja das Gefühl, dass die das noch nicht wissen, hätten das in die von der, äh, von der Höhle da, ne, von der Wasserhöhle. Ähm, unser Plan jetzt erstmal in dieser Session. Wir müssen jetzt erstmal uns weiter irgendwie aufbauen, müssen, äh, Dinos tame, vor allem Quetzel brauchen wir, brauchen T-Rexe, dass wir züchten können. Wir brauchen vielleicht auch ein Giga, ich weiß es nicht, ähm, und, äh, also Farm-Dinos und Kampf-Dinos natürlich, alles, alles zusammen. Die Base wollen wir dann weiter ausbauen. Idealerweise können wir dann vielleicht gleich schon die Dinos, wie wir jetzt tamed und cap leveln, ne, dass sie auf die auf Maximum Level bringen. Und immer an Schluss. Ich glaube, ich sehe da den Pübde, da ist der Pübde, da ist der Pübde, da ist der Pübde. Er fliegt da mit dem Pübde. Ja, was? Äh, 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 äh. Also wir müssen unbedingt jetzt hier auch Turrets entsetzen jetzt gleich und, äh, wie gesagt, und die Base wollen wir jetzt hier weiter sichern erstmal. Äh, im Wasserfall, das wird jetzt erstmal nix. Äh, die haben das jetzt auch zugebaut mit Fundations, zumindest kam noch so die Info rein in der letzten Session. Äh, Ende letzter Session und, äh, das würden wir sowieso nicht wegbekommen. Ähm, wir werden aber trotzdem, sobald das hier etwas gesichert ist, sehr schnell, hoffentlich auch noch in dieser Session, ähm, Headhunters nochmal angreifen. Also wir wollen die weiter nerven, wir wollen die weiter stören. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt erstmal zumindest mein persönlicher Nemesis und ich glaube, den anderen Leuten macht es auch Spaß, ähm, die zu ärgern und deswegen machen wir das erstmal weiterhin. Und, jo, so. Ich würde jetzt mich erstmal auf mein Greifen hauen und, äh, ein bisschen nach Quetzel schauen und biegen. Ähm, lass mal ganz kurz den Test machen. Hast du gerade, ähm, ne Armbrust und Narkotikfalle dabei? Achso, warte mal, das Item hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Was macht denn das? Ja genau, deswegen, da testen wir mal eben. Ah, da kann mal jemand aufwecken? Ähm, nein, ähm, das sind Handschellen. Alter, wie cool ist das bitte? Oh mein Gott, warum haben die sowas eingefügt? Ich sehe schon wieder richtig viel Scheiß auf uns zu kurz. Ja, das hab ich auch als allererstes gesagt. Ja, ich wurde gerade gekickt von BattleEye. Ja, du bist wohl Cheetah oder was? Voll, stimmt. BattleEye, das ist diese, diese Anti-Cheetah-Software, die wurde jetzt aktiviert beim Server. Bist du jetzt schon weg? Ich würde... Oh nein, ihr Schweine. Ich würde aber die Handschellen, die Handschellen, lass das mal in Ruhe dann machen, oder? Weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen on fire, wegen, äh... Ja gut, alles klar. Lass das in Ruhe machen, oder so. Also, im Endeffekt musst du eigentlich nur jemanden bewusstlos hauen. Sobald der bewusstlos ist, siehst du die Handschellen oben in den Slot rein, wo eigentlich das Schild kommt. Und dann ist er gefesselt. Ja, dann lass es halt probieren, dann kommen wir schnell hier rein. Ja. So, ich will nicht einfach. Dann... Achso, Lutz, yo. Ihr seid solche Schweine. Wo ist der, wo ist der denn? Schnell, boah, einloggt. Wo ist der denn? Achso, jetzt ist er da. Scheiß. Oh nein. Ihr seid Schweine, ey. Ja, aber das war seine Rüstung an. Leute, hör auf. Nein, 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 das ist alles wieder aus. Ähm, Maulwurf und Zimmer, dein Zeug aus, das ist dich. Ja, warte, komm. Ich bin einfach mal in den Kopf. Ja, also, wie man sieht, wir brauchen keinen Health-Hanser, damit wir hier Platz gemacht werden. Also, was sind die denn? Ja, warte, noch ein bisschen. So, jetzt. 15, genau, da, wo das Schild reinkommt. Offhand. Genau. Ah! Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er wieder aufwacht. Ja, genau. Sieht man das auch? Ja, klar nicht. Wenn ich aufstehe. Ach ja, links hier und rechts stimmt. Also, links zumindest sieht man das mit den Handschellen. Ja, wenn er gleich aufsteht, ist die zweite Flosse auch drin. Also, wenn du mich wieder in Vessels, ist auch das Gute, dass die wieder getroppt werden. Das heißt, die sind nicht kaputt. Oh, wie cool. Wie geil ist das? Wie cool ist das? Kann ich jetzt irgendwas machen, oder? Ich kann nichts machen. Okay, lass, 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 lass dir mal, lass dir an, lass dir an. Also, geht da, du kannst die nicht ausziehen, ne, sind Handschellen. Ich kann nicht essen, aber ich kann wegrennen. Komm mal, Kost, nach draußen. Ich will mal eben, na, der fliegt ja immer noch um, nur ganz schnell einen Screenshot machen. Wir lassen uns jetzt von dem mal nicht stören. Moment? Ich hab hier mal die, ne, quetzig. Ah, Moment. Okay, jetzt, erstell ich mal gegen die Sohn, komm mal hierher, 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 hierher. Alles klar, okay. Gut. Äh, ein bisschen zu mir wieder. Also, ja, ich war, da, 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 da. Äh, ey, das ist ja superwitzig, ey. So, da liegen sie, nimm sie wieder mit. Kann die, kann die, nur der, der Spieler, der die gegebenenheit wieder abmachen, oder wie ist das? Ja, das wissen wir noch nicht, also nicht ausprobiert. Ja, so, ich hätt sie eben auch abmachen können. Aber, kann man die auch selber wieder los, wenn ich die Frage, wenn man zum Beispiel flüchtet, oder wenn man bei seinen eigenen Streit wieder ist, hab ich nicht versucht, und wenn du nach Hause gehst, zu deinen eigenen Leuten, vielleicht kann das wer abmachen, oder so. Ja, wahrscheinlich. Also, würde Sinn machen, dass jeder andere, jede andere Person kann die wahrscheinlich wieder lösen, so egal, welcher Tribe und so weiter. Wahrscheinlich schätzen. So. 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 Wir sind zu einem, ich würde angeklicken, hier von. Na, da, oben. So, das, man, irgendwie weglocken von den ganzen anderen Dinos. Wo man denn schon früh tut? Nein. Hey, wo ein Gesichterchen kommt? Schloss einfach mit dir rumhältst du den Tag? Äh. Einfassend. Äh. Nein, nicht im Drehend. die 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 aber das erste Mal dass ich sowas hohes alleine mache hoffentlich verkackt ist jetzt nicht schaffst du das? schaffst du beam! schaffst du! dann können wir das schaffen in edle diese maval 16 das ist extrem hoooch dann können unsere käufe ganz viel spaß haben vor allem der neuer 16 und ja auch wenn wir haben wollen weiter warum muss ich überhaupt sehr im Komponente nach Hause wir haben viel viel Spaß für mich zu nein immer nur alle fünf Oh! Bist du ein Skiller! Ich fäng hier in das Foundation. Ah, jetzt ist es nicht frei. Man kommt nicht mehr in die Schränke dahinter. Ja, aber es gab keinen anderen Platz, wo ich das Ding hinbauen konnte. Wir gehen weiter nach rechts. Kommt doch hier noch dran. So, das betäubt der Gude. Echt? Ich pass da nicht durch. Jetzt bist du weg. So, Happen. Ich nenn dich jetzt aber nicht Happen, du bist Beam Rocket. Ich glaube Beam Rakete, den kann dann jemand anderes haben. Aber es halt irgendwie ist es ja was Schönes, wenn man einen eigenen getampten Greif seinen eigenen nennen darf. Level 173. Sehr gut. Aber jetzt sollte ich noch nicht so zu lang sein. Ich muss mit der Nassmaß gönnen und so. So gut, ich bring den jetzt nach Hause. Kann ich vielleicht eben nur eine Kiste für das Fleisch? So, dass es vergammeln kann. Der so langsam. Das hat die Bezeichnung Beam Rocket oder Rakete gar nicht verdient. Das war die mit Erdämmung. Das war die mit Erdämmung. Die müssen angetrieben werden. Die. 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 es ist ein bisschen aber der Scherz und wir haben eine geile Idee so so diese diese Animation diesen Effekt von dem Flammenwerfer wenn du ein geklappt hast und dieses Sound und er geht los automatisch sobald das Schiff drückst mit dem Greifen das ist ziemlich Stylo so unfassbar nervig aber das ist der Stylo so als extra Schub hier können sie übesgele Formationen in der Luft machen und so weißt du so wie in so einer Flugzeugshow aber wir spielen hier nicht GTA Arne ich wollte die Idee wenn er die Idee aufmacht wird könnte es immer in die Kommentare schreiben ich bin ich nicht mehr vielleicht sollte auch gerade niemand zu der das machen kann Prozent die Biennacht geht da hat er hat so wollen wir nicht wo mich um ihn mal zum fahren oder so ich würde mich jetzt opfern davon quatsch gefunden doch noch von schalten insel und so wollen ganz sicher schon mal bauen also bis zu fliegen was auch liegen und den noch unterschießen ich bin jetzt nur fleisch und zwei wochen dort bestimmen würde jetzt auch nicht machen noch mal weg gleich ist drin Leicht ist drinnen Weil mich kann ja noch mehr Fleisch reinlegen So gut und wenn er dann drinnen ist Baue ich hier links hinten und hier rechts hinten Dann nochmal ne? Ja nur rechts und links hinten Nichts egal ich muss was trinken Warte mal schnell So gut Dann fangen wir den Guten mal ein Stopp der hier Der ist glaube ich zu Linien blank geflogen oder? Ne ne ich bin auch schon bei ihm Achso da ist er schon Na ja machen wir gleich voll 2GM verhandelt Will der mich veräppeln? Das ist direkt davor gewendet ne? Der Arsch Das wird aussehen So das sieht so gut aus wie ich mein Das sieht so gut aus jetzt kannst du da absteigen Jetzt fängt das an zu pissen Jetzt fängt das an zu pissen Ja ich finde das jetzt nur so gesagt es ist auch ok Das ist nicht so gut das ist nicht wirklich stimmt Jetzt kannst du liegen bleiben und ähm oder ne und dann kannst du den den ganz wegschießen Und dann bin ich wieder weg Und dann bin ich wieder weg Exo jo Ich weiß wer es hast gefunden Der haben wir auch schon gefunden Da vorhin schon einer gesagt Und dann haben wir auch schon Und dann haben wir auch schon Ich weiß Ich werde mal eben noch Ich hab noch vielleicht raus wollen hier So 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 gut Haben wir ja ganz gut hinbekommen Wie ist das jetzt wenn der jetzt aufwacht Ist er dann draußen oder ist er immer noch in dem Käfig? Wenn du fliegst ist er dann draußen Ok Also selbst wenn du jetzt wegfliegst Also selbst wenn du jetzt wegfliegst Ja ich bleibe lass mal so Das sieht ja gut aus Das sieht gut aus Schade dass es regnet Das wäre echt ein super geiles Foto Oh schade Das wäre ich ein schöner Foto Wir holen gehen mit dem Mammut Das ist glaube ich wichtiger erstmal Ich kann den Quetzel ja dann mit mit nach Hause nehmen Oder Oh guck mal die Putzen Da kommt ein lila wiegen runter Direkt bei uns zu einer Base Also Oh den Quetzel brauchen wir auch Den 20er Uh Okay dann nehme ich den gleich auch noch mit würde ich sagen Ja Da hängt noch ein anderer Spieler mit dran Nice 59 35 Die Pasta ist da Ich sehe das glaube ich du bist auf dem Püttel oder Ja Ja Du dann hab ich dich Oh wir haben wir sehr genau auf den Westen Verschuldung Einem Fächer ist da links von dir Ja Wer ist mir gleich mit dem einen da diskutieren Was wir haben Grüße Grüße Äh fliegt weg Wann wir schon ein Sattel für den Quetzel? Ne ich bin also wir würden uns in Quetzel gerne nehmen Ich hoffe das ist es okay Nein Es ist nicht Es ist nicht Er sagt es ist nicht okay Aber das ist uns jetzt egal Weil ich bin jetzt extra Ich bin jetzt extra hierher geflogen Ja Der Frosch ist auch extra geflogen Okay So gut lass loslegen Wer hat sich die Cementingpaste geholt? Ich such die gerade wo ist die Ach die ist nicht im Frosch Die ist im Vogel drin Boah Alter Schon wieder direkt Davor weg Flogen Alter Hier in 002 Ja das sieht der nach oben So jetzt müssen sie ihn kriegen Sehr würdig Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm Ich muss mal kurz landen Okay Ey du versuchst mich jetzt zu grappen, das ist ne Kriegserklärung Das ist eine Kriegserklärung Weißt du was das ist? Dodo Bauarmee Also ich sag nur, solltest du mich anfassen Der Name ist notiert Dann geh ich zur Polizei Ich hab, ich hab Polizei Okay Da kommt der Exilie vor Ja, das ist doch ne Kriegserklärung Auf jeden Fall, ich will diesen Angriff Stimmt, da hat jemand was zuerst gefunden Dann kommt wer anders will ihm das wegnehmen Und dann droht er mit der Polizei Die Kriegserklärung Das ist doch logisch Die Polizei Ich bin sowieso grad nicht rein hier Mich nervt übel, dass er nicht so futtern hat Er quert sich das ganze dieser lila Rand, alter Nochmal, immerhin geizig ist, in dem nur ein Steak reingehauen hat oder so Hehehe Ich komme rum mit Ja Ich brauch den Topo achten Ja, ich pack noch den Quetzel noch ne Plattform drauf und dann Platterich zu dienen Jo, dann können wir ja mit den Quetzel dann hier fahren Du bist jetzt drinnen Sehr schön So, ach so Ja, ne, 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 ne Wenn es da nicht Ich bin nicht zu, dass ich die Werke mal verlieren Kommt Und drinnen 양 man irgendwie nicht platziert Genesis Oder rechts Da ehe ich mag so, ist doch okay, oder? Hoff ich Ja her Kann sinnvoll so gut Sonst muss ich erst mal umbauen, dann muss ich jetzt mal eine Kasse hin. Haben wir noch eine Kiste? Ja, ganz weit zu. Ist das weiblich oder männlich? Weiblich, sehr gut. Brauchen wir dann noch ein höheres Männchen, dann können wir dann Turretquetzel vorbereiten. Kampfquetzel. Ja, ich kann gleich nach weiteren Gästen. Ein Ding. Ja stimmt, der Kollege von eben kann es mal sagen, dass er gleich weiter sucht. Ne, Kollege, nicht so ernst nehmen, aber es ist hier PvP und so. Schickt man sich nicht. Wie heißen die nochmal, hier im Wasserballon? Wetter hat, wetter. Dann Gäse härger. So gut, ähm. Woh, 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 woh. Ich dachte, der Quetz soll auch umbrechen. Hey, der schiebt mich schon runter. Ich fahr runter. Ich hab keine Fallschirm einstecken. Oh, danke, Alter. Oh, Alter, Schwede. Ja, ich warte, ich hab bissel viel gegessen, bevor ich los bin. Ja, hier, Bax, kannst du schon mal einfach rausnehmen? Ähm, hm, 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 hm. Guck mal, könnt ihr gleich nochmal verstecken. So, jetzt muss es mal so gehen. Wo ihr seid? Ja, das ist... Okay, dann, wie machen wir das jetzt? Warte mal, hab ich Fallschirme? Ich muss eigentlich Fallschirme haben, dann könntest du mich dann gleich loslassen. Hast du Fallschirme? Ansonsten... Nee, hab ich nicht ganz welche rein. Doch, ich hab welche. Ähm, ich mach den jetzt einfach follow unseren Quetzel. Dann, und wenn der runterfällt, folgst du dem, folgst du dem, äh, getameden jetzt hier, ne, dem jetzt tamen wollt. Ja. Wo seid ihr denn ungefähr? Äh, warte mal, gib mir schon mal Fleisch, ne, brauche ich uns eigentlich gar nicht. Okay, äh, kannst du mich fallen lassen. Geht runter, geht runter. Okay, müsste da ungefähr sein. Bullycrabs sagt, ne, der hängt in den Bäumen. Wow, ich bin, ich bin, äh, auf dem Quetzel gelandet. So witzig. Äh, der hängt in den Bäumen. Okay. Ja, wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Äh, dann müssen wir den Baum einfach fallen, verhänderte, der. Geht, da einer als Artefakt gefunden, glaube ich? Okay, ich guck gleich, da muss jetzt erstmal den Quetzel bekommen. Wo sind der? Welchen Baum? Weil den kann ich weghacken. Äh, ich seh, ist nicht wirklich. Ich seh. Äh, Koordinaten. Der hat aber nur verraten, wo es ist. Hallo, hört ihr mich? Ja, ja. Ja, wir haben jetzt aber gerade ein ganzes Problem hier. 56, 35. Ja, ich seh ihn, glaube ich. Ich weiß aber nicht, welcher Scheißbaum das ist. Hab leider keine Axt dabei. Mach alles nieder. Das kann nicht das Artefakt sein, weil, äh, wir nicht, äh, Ritter der Schwafelriehe hießen, als, äh, wenn er das Ding gesetzt hat. Grüß dich. Der meint wahrscheinlich unsere Base. Stimmt. Weil der Tribe heißt, ähm, heißt er anders. Wir haben extra da einen eindeutigen Namen genommen. Haut das ungefähr hin von der Richtung? Ja? Wenn ich mich jetzt gerade weghaue? Nee, die, die, die sind klein. Hier bei mir. Müssen wir mich schon ein bisschen koordinieren, ich sehe das mit mir nicht. Niffi. Lutz auch, Niffi. Jo. Der ist ein Baum natürlich. Wo ist denn der? Der, der, der ganz große ist das bestimmt hier. Die Handschuhe. Oh, der ganz kleine, Alter. Guck dich das mal an, hier. Oh, was? Alter, jetzt hängt er mit dem Kopf. In dem Baum hier. Jetzt musst du runterkommen gleich. Mach dich bereit, ihm Fleisch zu geben. Guck mal, die Ersatzfinger, die ihm da mal so einen Schrank für. Ich packe die mal da rein. Okay, jetzt wird's, jetzt wird's lächerlich. Aber, äh. Ach so, okay. Okay, das ist auch ne Idee, das so zu machen. Äh, stimmt, warum kompliziert, wenn's so einfach geht, ne? So, Level 107 ist er. Level 107 ist in Ordnung. Ich mein, guck mal, ähm, Fokusine war nur Level 90 oder so gewesen. Der Name ist so scheiße, aber immerhin weiß ich jetzt sofort, wer, welcher Quetzel gemeint ist. Ich mein, hey. Und, ähm, wir haben nämlich jetzt, ähm, noch ne andere Variante und noch ne Idee. Ich hab extra bei Reddit und so mal nachgeschaut, äh, wie die Turret-Quetzel im PvP funktionieren könnten. Und zwar müsste man einfach probieren, die Turrets, äh, mindestens, äh, eine Ebene weiter nach oben zu bauen. Äh, so dass die von den Hit-Points von dem eigenen Quetzel weiter weg sind, sozusagen. Das werden wir mal ausprobieren, auf jeden Fall in der Staffel. 44 Male T-Rex ist mal zu low. 53 Male T-Rex ist mal zu low. Ich mein, sie wird trotzdem eine Level 80 Mischung geben, aber... Ehe und Mail, das gibt nix. Achso, stimmt, eher, sehr, 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 sehr viele Menschen. No homo, die diese, no homo, die diese, no homo, die zwei, die technischen sich, damit die West-Baby. lieben besonderes Papierkram ausfüllen werden und rückt und wird die Klinik mit mit zu sammeln alles so der treu schlechthin oder Wüsteninseln und die hier in Verposten im Chat er genau so toll euch wie drückt alte vier um die zu verbessern oder ins Atmen zu kommen echt jetzt was drück mal testen ja da weil es einen 110er nicht geben kann das in Höhe machen erhöht mal dieser was dort gibt Mach mal hab'n Erhöhlen Erhöhlen Hahaha, seht ihr Alter, lecker Hahaha, seht ihr schlecht Ey, weißt du, das ist ein geiler Anwaschprosor Ey, ich hab'n Level 120 Schlange in meiner Hose Wird sie die tame? Voll schlecht, Alter Die ist auf Melee Damage geskillt, ey Nichts klar Er hat auch Stamina, ist besser, kommt besser Ist das in Millimetern gemessen? Ja